Ja, hervorragend. Du bist ruhig. Das hier ist die zweite Tür. Die haben wir schon aufgekriegt. Und hier braucht man ein Schlüsselchen. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch hier rauszukommen, versprochen. Brauchst du nicht. Wo sind die Bücher? Ich brauche eure Hilfe nicht. Wo sind die Bücher? Die Bücher? Oh, verstehe. Ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Ach ja, die Bücher. Die Bücher sind richtig. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Oh. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Nein, ist das schäbig. Ihr braucht meine Hilfe nicht? Nee. Das Ganze wäre eblich einfacher, wenn ihr euch da raushalten würdet. Wenn ihr mich nicht sofort in Ruhe lasst, töte ich euch eigenhündig. Ihr habt recht. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich schaffe das selbst. Wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Ich wollte euch doch nur helfen. Ich hoffe, die Ruferin wird euch die Gedärme ausreißen. Vogel! Was sagt ihr denn da? Bei mir kommst du nicht sehr weit. Ich will die Klamotten haben von ihm. Du wirst mir nicht entkommen, Arschiessicht. Er löst du durch die Falle aus? Ich auch. Ah, daneben. So, das hätten wir erledigt. Ich will das haben. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Mir ist egal, ob der Typ hier oder nicht. Das ist mir wussten. Er ist nicht essentiell. Von daher gesehen ist er nicht wichtig. Nicht wichtig genug. Haben wir hier alles durchsucht? Ist was hinter... Oh, guck mal hier. Schmetterlingflügel. Schmetterlingflügel. Ist nach hinten gefallen. Daneben. Wegen dem Arschloch muss ich hier rumrennen. Weil er die Bücher geklaut hat. Das ist der einzige Grund. Und dann lässt er sich auch noch einsperren. Das ist mal schäbig. Beschädigtes Buch will ich nicht. Sturmmarke Adepte. Und es beginnt. Noch einmal. Sturmmarke Adepte. Ist das alles, was du drauf hast? Kommt da vielleicht noch mehr? Nee, ne? Nee, ne? Das haben wir fast gedacht. Eisendolcher will wir aufgehoben. Die Ruferin. Was ist denn? Könntest du vielleicht mal weggehen? Einen Sack mit Salz. Zwei Stück. Mehl-Sack. Kartoffeln. Tomaten. Den Schrank durchsuchen. Nichts. Glas vielleicht. Hm. Naja. Oh, ne Kommode? Äh. Nö. Hm? Was sehen wir. Naja. Da können wir uns jetzt drüber streiten, ob das jetzt, äh, naja. Äh. 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 War nix drin. Weiter. War nicht. Hm? Ne. Schade. Ich hab doch da einen umgelegt. Wo ist denn der hingflogen? Ach, da liegt er. Entdeckt. Nichts. Äh. Jetzt, äh, das, äh, das. Dann kriegst du noch ein, ein alter Wein kriegst du von mir. Äh. Und den Eisendolch kriegst du. Danke. Oh, da hüben hab ich die erwischt. Die Robe nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, und den Seelenstein auch. Ich find's immer ganz putzig, wenn sie nichts ahnend, äh, sich noch unterhalten. Und dann erschossen werden. Hehehe. Kinderpuppen. Oh. Ziegenbein, Kartoffel. War nix mehr drin? Schade. Hä? Achso, es wird Spinnbein. Ich weiß nicht, was es ist. Aber, der Korb hat sich grad bewegt. Geister. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Skelette. Hallo mein Freund. Du siehst irgendwie so tot aus. Hoppala. Da war doch noch eine. Oh, guck, schau. Da ist noch ein Skelett. Durchsuche Skelette, Knochenmehl und Gold. Und noch einmal Knochenmehl und Gold. Nichts. Durchsuche Skelette, Eisenschild und Nordschwert. Nee. Was? Der Ascherhaufen. Ah ja. Detraherz, Eisendolch, Stiefel, Totenbeschwerrufe und winziger Seelenstein. Ich kann wieder mal nicht rennen, weil ich zu viel... Also gut, okay, dann nur mal den Jagdbogen rüber, den Kaiser, oder die kaiserlichen Bogen durchnüber. Nee, das geb ich nicht her. Äh, mal gucken, was die Klamotten noch haben. Beschlagene Rüstung geb ich nicht her. Ja, die Eisenpanzer-Handschuhe. Auch wir haben ja wieder die frei. Hier ist noch ein Ding zu. Gold 8. Das ist leer. Der hat noch einen Seelenstein dabei. Guck dir das an. Knochenmehl und Gold 4. Und er hier hat? Moment. Die Stiefel, die Totenschwererrufe. Die waren nicht viel wert, ja? Zombie erwecken. Knochenmehl und Gold. Okay. Hier, guck mal. All die Nattpfeile. Ich, wenn's nicht besser wüsst, würde ich sagen. Hier war doch noch eine. Es waren doch zwei, oder nicht? Die tun wir von, äh, ne, hier. Winziger Seelenstein. Das Fass. Wacholderbären. Oh, Elfenhelm. Unter 10. Gold. Äh, kleiner Seelenstein mit schwacher Seele. Zaubertrank der Heilung und Granatstein. Makelloser Granatstein. Dann haben wir noch hier, oi, 10 Lederstreifen. Die schwarze, oder schwarze Robe. Oh, nehm ich alles mit. Hm, Tomaten. Felklo, Keep. Was auch immer das sein mag. Gewöhnlicher Seelenstein. Geldbeutel. Stadt der Steine. Kommode durchsuchen. Kleidung. Sechs Pfund haben wir noch frei. Ich muss jetzt unbedingt mal los und, ähm, Dachenbaum. Und Weizen. Ich muss jetzt wirklich mal Zeug verkaufen. Ehrlich? Na komm mal ein, mein Freund. Eurer Kopf wird meine Wand zieren. Hm. Wenn ich nicht schneller wäre als du wäre, würde das zutreffen. Ähm, die Stiefel, die schwarze, und, äh, das haben wir jetzt mal übersehen. Die Kimme mein ich. Ui, guck mal. Oh, ne. Ne Statue. Was haben wir denn hier? Äh, Schrein von Tat... Nee. Ganz bestimmt nicht. Die Tür ins Reich des Vergessens. Äh, beschwören auf 16. Oh, ein Seelenstein. Winzig. 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 Herr Winzig. Und beschädigtes Buch. Holztür. So was aber auch. Nein. Hier ein Beutelchen. Schwamm. Schuppen Schwamm. Geh mal bitte weg hier. Äh, viermal Kohl. Dreimal Kohl. Wo ist alles in der Topf? Sack mit. Kartoffeln. Drei Stück. Oh. Weißkappe. Schuppenschwamm. Und das fast der Leere. Ach, da hinten hab ich ihn umgelegt. Hm, scheibig Brot. Ich darf mal kurz? Äh, die Rupe der geringen Beschwörung für 25. Das ist nicht dein Ernst, oder? Die ist x-Wert gewesen, die Rupe. Na, hervorragend. Was können wir denn zurücklassen? Da. Zum Beispiel, Beschwörung kostet zwölf Prozent weniger Magie. Naja. Es erfüllt seinen Zweck. Äh, hier und die Stiefel. Von mir aus. Äh. Oh, Weizen. Lass es mit Weizen nicht geizen. Was haben wir denn? Werden? Zutaten. Nichts wert. Schwarze Robe für fünf. Ne. Salz vier. Gaut. beziehungsweise das ist ja ein Kürbis Arnda hoch die Krühe hier Zaubertrag der Heilung und was haben wir denn hier 300 aber 23 20 schön und das tut mir jetzt aber leid ehrlich den Schrank durchsuchen wir mal schnell hier gibt es wirklich nichts hier guck mal in Grau sogar ein Sack der Leere Feuersalz was haben wir denn hier Kuss Eisener Topf brauche ich nicht starke Magie die Holzkiste Schrank durchsuchen das das und das und hier nochmal gut mit Gürtel habe ich schon ich sagte habe ich schon und um die falsche Taste naja Eis mag ja die ist wieder was wert mal gucken Schneebeeren Karotten Kartoffeln Mehl Sack noch eine Kartoffel Gürtel Gürtel